Hallo ihr Lieben! Wir alle haben bestimmt irgendeine Macke. Der eine putzt sehr gerne, der andere läuft nicht auf Linien, die am Boden gezeichnet sind. Irgendein anderer hört Stimmen und das sind meine fünf Macken. Ich bin ein totaler Monk und würde am liebsten alles um mich herum desinfizieren. Ich versuch's mal so. Der ist gut. Die waren schon recht teuer. Ja, das ist genau das Richtige. Ich hasse es, wenn die Knöpfe meiner Bettdecke nach oben zeigen. Ich bin ganz schön müde. Ja, ich auch. Ich mach jetzt auch viel zu. Sehr gut. Ich bin ganz schön. Schlaf schon, mein Schatz. Ich bin so müde. Gute Nacht. Du bist komisch. Das war's. Ich kann nicht schlafen. Was ist denn los? Ich kann es dir sagen. Was ist denn? Das ist deine Decke verkehrt rum. Ach Mann. Hätte ich das gleich gewusst. Jetzt aber gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin gewinnspielsüchtig. Schatz, Essen ist fertig. Komm. Ja, ich komme sofort, mein Schatz. Ich muss nur noch schnell diese eine Überweisung fertig machen an diese Organisation, für die ich mich da interessiert habe. Schatz, bitte, wir warten. Schatz, ich habe gerade eine super wichtige Kooperationsanfrage reingekriegt. Also ich muss schon noch schnell beantwortet werden. Ne? Gleich, ich bin sofort da. Ella hat schon fast aufgegessen. Komm bitte jetzt. Ich wollte ja auch nur für dich gerade ein Auto gewinnen. Ich bin super faul und ich hasse es zu laufen. Oh, wir sind jetzt schon 300 Meter gelaufen, ey. Ich bin ein echter Viehfraß und ich kann echt viel vertragen. Koffi, ich habe noch keine Waffe klingeln. Koffi, wo ist mein Jokko? Hm, das ist immer der von Ella. Also ich stehe den Rest erst mal auf. Was habt ihr für Tics? Ich freue mich auf eure Kommentare und auf einen Daumen nach oben, wenn ihr erfahren wollt, was meine fünf Geheimnisse sind. Bis dann! Bis dann! Tschüss! Asische